Kommt zurück zu einer neuen Knochenreichen Folge Party Animanus mit einem Mann, der sein Liebesknochen immer an fremden Hydranten ruppert. Kreis. Hydranten sind nicht härter als der Knochen und das werde ich beweisen auf Dauer. Ich werde zeigen, dass Hydranten weich sind. Broken Arrow, Baby. Schöner Softhydrant. Du bist so ein alter Rubbelkönig, du. Ich kenne jemanden, der so gerne seinen Liebesknochen... Ein Rubbler, ja. Ich musste ja irgendwie... Früher waren es Lose, aber dafür habe ich kein Geld. Und deswegen muss man halt irgendwie gucken, was man gratis rubbelt. Ja, weil der Liebesknochen ist schon ziemlich abgeschafft. Wird immer dünner. Nee, der hat schon Muskeln in der Vorhaut. Deswegen kann ich auch freihändig masturbieren. Ich habe gehört, Kühe sind ziemlich stabil. Nee, ich habe hier nur die Hero-Kuh. Hero-Kuh. Das ist doch hier irgendein Römer-Kuh. Du, Römer-Kuh. Achsenheld. Julius Ochsengeschlecht, ja, ja, kenn ich. Centurius. Wirkt mich Blau Ochsenmaul, oder wie der heißt, was? Wirkt mich Blau Ochsenmaul. Der hat ein ordentliches Ochsengeschlecht. Und es geht los. Da sind die Glocken länger als das Seil. Der rennt hier mit einer Bombe rum. Oh Gott, oh Gott. Ey. Hier ist ein Otter. Der hat einen übelst blauen Hasen. Ja, der wirkt mich blau, Hase, ne? Boah, Alter. Was sind das für Punches? Ich bin weg. Jetzt liegt alles bei dir, mein Junge. Oh, sieht gut aus. Wenn du den Otter noch runterkriegst, hast du gewonnen. Ach, er will sich die Eiskanone schnappen. Vorsicht. Boah. Der hat mich ausgetrickst. Der hat mich ausgetrickst. Komm, nein. Otter Redemption. Otter Redemption, der hat mir richtig gegeben. So ein Zwangs-Otter. Aber ich habe gesagt, Maid, direkt weggebamst. Boah, ich komme rein und bin schon genockt. Ja, du wirst ja auch direkt zwangsgeottert. Und jetzt, oh, die Ente, Alter, was für ein Schlag. Und dann kippt das Flugzeug, du bist direkt weg, Alter. Bist du weg? Ja. Vorsicht, Banane. Na komm, taktische Banane. Ja, die Ente ist auf der Banane ausgerutscht. Schöne Bombe. Ne, die ist runtergefallen. Boah. Das ist der Kick, Alter. Der Kick, Junge. Boah, Entenmann. Er hatte nicht mehr genug Kraft. Wegen der Banane. Nein. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo sind die alle? Oh Gott. Oh, er will seine dunkle Lordschaft, aber er hat nur den gelben gekriegt. Oh, er hängt da noch fest. Dicke, nicht, weil der Knüppel da vorliegt. Jetzt. Oh, wie ich ihm noch so Close-Line-Päuste gegeben habe. Bisschen Hasslein, Alter. K&K. Oh, da hinten ist eine Dose. Dosen Redemption. Ich werde Centurio-mäßig. Boah, was war das denn? Ich bin raus, aber ich habe Menschen mitten in den Tod gerissen. Boah, der Otter gibt aber der Ente Redemption. Da ist so eine Rutsch-Banane. Boah, was eine Schaufel, Junge. Was eine Schaufel. Er hat ihm die Schaufel genommen. Oh, Alter. Jetzt. Spinry drehen raus. Ja. Spinry drehen raus, Alter. Uiuiui. Uiuiui. Der Centurio. Au. Amu. Da vorne ist ein Döschen. Rolling Döschen. Ich habe es. Ich habe es nicht. Ich habe es immer noch nicht. Die Ente hat es. Die Ente hat das Döschen. Wie sie mich mit Fischen beschmeißen. Die Schweine. Boah, kick hinter mich wieder. Boah. Ich lebe noch, aber mir geht es nicht gut. Oh, aggressives Otter-Dancing. Aggressives Otter-Dancing. Er hat mich rausgeworfen. Er hasst mich. Ich bin immer noch genockt. Oh, da hinten. Guck mal, da hinten steht es. Alter, hast du gesehen? Das war mit dem Ellenbogen. Ja. Vorsicht, Schaufel. Oh. Was? Nein. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Aber es waren zu milde Schläge. Ey, der lebt doch noch einer. Oh Gott, aber er hat den weggeschaufelt, ey. Ja, klar, die Schaufel. Ey, Rot, wir müssen Rot unbedingt vernichten. Damit schaufelt er sich abends seine Steroide rein, Alter. Der stofft doch. Tipps fürs Gym. Wenn nach Tag 1 zu Training deine Muskeln nicht wachsen, dann stoff. Tja. Oh. Hol die Nunchucks. Ich kann sie nicht greifen, da hat einer puttert. Oh. Alter. Oh, ich versuch dich zu verteidigen. Tigerhass. Ganz fieser Tigerhass. Banane, auch noch. Alter, der Runde hab ich echt recht. Boah, ich fliege, ich bin weg. Aber richtig tut dem Mut. Der Otter hängt hinten. Der versucht hier wieder so ein... Der hat auf gar keinen Fall gewonnen, der Otter. Achtung, der hat einen Pömpel. Jetzt kannst du ihn nocken. Er ist abgelenkt mit seinem Pömpel. Was? Oh, da hat einer ne Pfanne. Achtung, Bombe. Ist der Otter tot oder stellt er sich tot? Ja, hopp noch mal drauf. Könnte sein, dass er sich tot stellt. Ja, macht er nämlich. Ich wusste es. Aber ich kann dich nicht sehen. Oh nein! Wo ich hinguck. Ja, egal, egal. Wir haben schon mal die Situation entschärft. Nächste Runde. Du hast da halt auch diesen Wind. Und wenn du dann so schmeißt und vom Boden abheben, der Wind so hinten in den weit geöffneten Anus pustet, dann ist das halt wie der Fallschirmeffekt. Im Regelfall hat man keinen weit geöffneten Anus, aber du irgendwie schon. Es gibt's nicht, Alter. Diese Ente. Boah, Alter! Hau die Ente raus. Ist der Otter noch da? Nur noch du und die Ente. Nur noch du und die Ente. Nee, der ist doch noch ein Hase. Ich hab einen Fischer bekommen. Die Ente darf auf gar keinen Fall gewinnen. Die Ente klemmt mich aber hier ein und... Boah! Das sind sehr viele Bananen. Boah! Die Glücksbanane! Vorsicht, die will so einen Dropper-Kicker machen. Ist sie weg? Der ist irgendwo runtergesprungen, hat sich freiwillig erledigt, Alter. Geil. Sehr gut. So weit meine Siege. Wenn man die Macht Roms tief hinten drin hat. Fünf Quick Matches in Broken Arrow gewinnen. Fünfmal schnell Mathe gemacht. Quick Math. Boah, ich bin Level 33 Animalus. Level 33 Animalus, Alter. Suchtet jemand. Oh Gott, Save the Redemption, ey. Ich geh auf Gator. Ich geh auf Gator Valley. Ja, ich geh auch auf Gator. Es wird der Arrow. Es wird der Arrow. Die Leute wollen den Arrow knutschen. Ich wette, hier kannst du Tom Goose gewinnen, Alter. Fliege den Flieger selbst. Den Doppelten Arrow machen. Fliege den Flieger selbst. Mit deinem Kostüm. Wenn du diese Brille anziehst. Nee, da ist doch vorne drin sitzt doch hier dieser... ...knallhartes Pilotentraining hinter dir. Diese Echse mit der Fliegerkappe sitzt vorne drin und fliegt den Flieger. Ja. Was können wir denn nehmen? Nochmal die Kühe so? Nochmal Kaulack? Double Cow, ey. Double Cow, ey. Ich hab auch Milky Bear. Wir können auch abmilken. So zwei Milky Bears. Zweimal Milch. Zweimal so ein Doppel-Milch-Bär. Die geflockte von Granny. Die schön geflockte von Granny. Frisch aus der Mannsitze. Eine Flockenmilch. Ich mag meine Milch immer sehr flockenreich. Die abgelaufen? Nee, nee, die ist frisch, aber so flockig. Ich mag, wenn meine Milch als Quark irgendwie direkt rauskommt. Einen hab ich direkt rausgehauen. Leute, ich mach die Bärenpranke. Boah, aber da kommen irgendwie so Tusks. Ich schlag mit rein. Da bin ich auch noch dazwischen. Ich schlag mit rein. Ich kann nichts tun. Oh Gott. Der wirft 17 Meter weit. Von einem Ende des Flugzeugs zum anderen hat er mich geschmissen. Okay, grün ist... Jetzt schon der... Was? Was war das? Wie hat er das gemacht? Der hat mich... Keine Ahnung. Der hat mich mit dem Kopf irgendwie... Der hat einen Zahn geworfen. Okay, grün ist Ultra. Grün ist Ultra unterwegs. Hat er denselben Namen? Der hat einen Zahn geworfen. Deswegen bist du draufgegangen. Nee, aber... Der sich schon Killer nennt. Der muss fliegen. Was, wie? Ey, der hat mich gar nicht berührt. Der ist eigentlich an mir vorbeigeflogen. Ich bin schon weg. Wieder Green. Alter, Green haut ja raus. Wie blöd. Ich kann nichts machen. Ich bin Dauernock. Dauernock. Seit einer Minute liege ich nur hier rum. Ja, schon wieder. Zack. Bin gleich tot. Ja, grün rasiert das gerade weg. Oh ja, der ist in den Rotor gefallen. Tusk muss. Tusk muss. Ich habe Tusk muss, aber der Hund hat mich angegriffen. Egal, Hauptsache, Tusk ist erstmal weg. Ich habe Tusk weggesnitcht, Alter. Oh, oh, Mr. Boone, was? Der Hund gewinnt durch nichts tun. Der Hund gewinnt durch Urlaub, Alter. Durch Scholzen. Ich kann sich nicht dran erinnern. Boah, Alter. Ich kriegst direkt einen Tusker hier verpasst. Oh, ich häng, ich häng. Ich häng, aber... Oh Gott, ne. Ich bin direkt runtergefallen. Boah, Alter. Ich komme nicht mehr auf die Beine. Paktische Banane. Das gibt es nicht. Ey, Tusker. Ich bin weg. Tusker räumt auf. Aber so richtig. Aha, aber er ist in die Banane gerutscht und lag mit dem Gesicht kurz auf dem Hintern der Katze. Man muss da einmal kurz einen Schmeller machen. Grün muss weg. Oh, die taktische Bombe. Komm schon, geh hoch. Ah, Alter. Ewig, ewig braucht die Bombe. Er versucht, den Excalibur-Schläger zu holen. Kriegt er aber nicht. Ja, aber die beiden spielen wahrscheinlich dieses Spiel auf Lebzeit. Boah. Ah, haben sie schon den zweiten Sieg. Die sammeln rein. Die sammeln hart rein. Die sammeln rein. Boah, boah. Kriegst du auch nicht. Tusker. Käpt'n Tusk. Käpt'n Tusk. Hä, was ist los mit dir, Käpt'n Tusk? Ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg. Ich habe Test. Käpt'n Tusk habe ich vernichtet. Wo kommt denn die Güld... Du musst den Sieg holen. Wo kommt denn hier die Güldene Duck? Wo kommt denn die her? Die Güldene Duck. Eine Güldene Duck. Alter, wie sie Fische auf dich werfen. Gut, die hassen mich. Wer lebt noch hier? Ach, da ist eine Pumpe. Hat mich ausgenockt. Ich liege hier auf dem Fisch. Die Ender ist tot. Die wurden so gesteinigt mit Fischen. Mit tiefgefrorenen. Gut, der hat auch einen ordentlichen Schaufler gekriegt. Käpt'n Stieglow. Mr. Tusk. So. Nein, ich gehe um den Fall über die beiden. Alter, ich hatte meinen Lolli-Schwung eigentlich schon durchgezogen. Achtung. Die gewinnen wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht. Jetzt wird's. Alter. Der hat mir erst gesehen. Der hat mich festgehalten. Boah. Sein dämlicher Freund hat ihn K.O. geschlagen. Das gibt wieder... Boah. Was sind das für komische Schattenhaken? Ja. Ja. Oh. Und jetzt runter mit ihm. Was? Hast du's gesehen? Ja. Alter. Er hat mich einfach aus dem Liegen. Hat er mich einfach runtergeworfen. Ja, der hat dich gepackt und hat dich einfach so runtergezogen. Fiese Tactics. Super fiese Tactics. Ekelhafte Typen. Kriegen sie auch. Kriegen sie auch jetzt im Nachhinein nochmal richtig ins Maul. Richtig widerliche Typen, du. Was macht der da mit dem Tier? Guck mal, wie er da... Seine Hüfte nach vorne und... Also, das ist schon ein bisschen... Also, oh mein Gott. Guck mal, der zeigt... Die Ent hat auf ihren Arsch gezeigt. Gator, Alter. Gator Valley. Ich wette, die sind noch drin. Die wollen ernten, du. Gator Valley, du weißt Haie, ne? Du weißt Sharks. Hamre. Aber... Full Hamre. Mit Captain Nemok. Captain Schlammkopf. Er war Schlammkopf, aber nur ein bisschen. Er hatte Schlammringen um den Kopf herum. Was bedeutet, er steckte tief drin. Wo ist denn der Hamre? Hier. Ist Hamre. Hast du den? Ne, ich hab nur zwei. Dann, let's go T-Shirt, oder? Ja, damit sie unser Gesicht nicht erkennen. Na klar. Undercover, Hamre. Undercover, Hamre. Aber gut, Schmendelech. Aber gut, gut rein. Immer gut rein. Ach, aber... Hat Sahne auf der Spitze gehabt. Fabio Alonso. Der alte Rennfahrer sitzt gerade zu Hause. Sagt, Nürburgring Action ist vorbei. Ich hab hier Katze under control. Boah. Boah. Ja, ich bin Eternal Taser. Ich bin immer noch getasert. Das gibt's doch nicht. Baller den mal raus. Das bin ich. Ach so. Warum prügelt du auf mich ein? Weil da noch ein Hammerheim mit T-Shirt ist. Warte, da ist eine Dose. Vorsicht. Ich bin immer noch ich. Oh, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich sowas von weg, du. Alter, was? Ich geh doch die Katze mit. Ey, das Spiel berechnet einfach auch. Die Punch ist oft falsch. Du ziehst einen Punch durch. Der wird nicht berechnet. Und zack, kriegst du einen ab. Boah, da kommt er direkt angeflogen. Boah. Wieso kann ich jetzt schon nicht mehr schwimmen? Hoch, Mann, hoch. Boah. Hau weg. Er freeset mich, Alter. Er freeset mich einfach. Häng irgendwie unterm Holz. Aber noch geht's. Wir kriegen einen Fisch. Ich seh nichts. Was? Alter, ich wurde weggespült. Einfach so. Wie so ein alter Zyster aus dem Darm raus. Oh. Krieg ihn nicht. Ist im Wasser. Ich werde auch nochmal einen Fisch gleich werfen, wenn er dran hängt. Oh. Na toll. Geht nicht. Er hat, die Brücke hat sich sieben Meter nach hinten verschoben. Über sieben Brücken musst du gehen. Alter, liegen hier viele Fische. Krieg ihn nicht. Jetzt. Na, er hat irgendwie so ein Flabberflitsch. Jetzt ist er weg. Da holt er nichts mehr. Da holt er nichts mehr. Boah. Echt ein Nippeljuck. Ich glaube, da wohnt eine Fruchtfliege drin. Oh, nö. Ich glaube, ich bin schon tot. Oh, knapp. Achtung. In die Dose. Ich konnte sie nicht essen. Ja, ich kann sie auch nicht essen. Geh zurück. Ah, Mist. Ich habe das Ding nicht richtig. Oh. Das ist nur noch er. Schnapp hier die Dose da vorne. Boah. Ne. Boah. Wie weit. Boah. Nein. Die Bombe hat sich gezündet. Oh. Das gibt es nicht. Wie weit er geschlagen hat. Und ich spawn und bin direkt weg. Ich bin aus Versehen rausgehüpft. Oh. Geknüppelt. Ja, ich komme nicht zurück. Der hat mich mit einem Schlag direkt, direkt weg. Wow. Ich weiß, ich konnte noch nicht mal schlagen. Da hat er mir schon so eine gegeben. Ich bin weg. Es wurde auch hart geknüppelt. Hartstick. Ja, aber Team Gelb haut sich gegenseitig selbst ins Gesicht. Da sind teaminterne Probleme entstehen da. Timiterner, wer kennt es nicht? Timiterner und hier Halloween Cat ist am Start. Sicherheitsbombe? Doppelsicherheitsbombe. Boah. Alter, das gibt es doch nicht. Schon wieder. Ich komme rein und bin K.O. Ja, ich auch. Jetzt fließe ich langsam hier zur Seite. Alter, ich kriege hier Häuste. Warum kann ich denn nicht rein? Wieso hält er sich an mir fest? Bist du noch drin? Ja, so halb. Das sind wieder beide gelbe. Oh, nö. Was? Alter, so ein Wellenfisch aus der Luft. Das gibt es doch nicht. Ich mache noch mal ein Save. Ich mache noch mal ein Save. Ach Gott, da ist eine Bombe. Ich save noch mal. Hau hin. Ja, und jetzt. Raus mit dir. Oh Gott, es ging nicht. Es ist wieder da. Ich brauche mich keinen Fisch zu werfen. Da kommen Fische. Da kann ich nicht greifen. Ablekungsfisch. Hinten ist eine Banane. Jetzt. Und jetzt schmeiß ihn raus. Geht nicht, weil ich irgendwie so oben drauf hänge wieder. Oh. Alter, da hattest du echt Glück. War er erst draußen? Ja, wuh. Wuh. Oh, ey. Das sind so ein Schlotterrunden. Ey, ich komme rein und bin wieder genockt. Irgendwie haben die eine schnellere Verbindung oder was weiß ich. Meine Bombe wurde leider... Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ich brauche Hilfe hier drüben. Nein, die Kuh hat es einfach auf mich abgesehen. Die Kuh lässt nicht von mir los. Ich bin down. For the count. Das war eine gute Bombe. Yellow Cat ist weggeflogen, ey. Vom feinsten, Junge. Vom feinsten. Denk ich auch nicht. Guck, der klebt mir wieder fest. Ja, die hängen da manchmal so. Er hat sich selber, glaube ich, ausgenockeldoodled. Alter, was mit der Kuh? Oh, nö. Oh, nö. Die Kuh. Die Kuh hält sich. Große Kuh sterben muss beginnen. Wow. Was ein Loop. Aber die Kuh hält sich fest. Nö, wird weggelutscht. Nö, 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 nö. Das ist weg. Alter, Sieg, Sieg, Sieg. Mit Loop Throw, Alter. Moment, der lebt noch? Der lebt noch. Jetzt aber nicht mehr, wenn die Bombe kommt. Alter, der war noch am Leben, der Simulant. Ja, das simuliert, aber... Dreckschwein. Der Doppelspinat. Da könnte ich erstmal noch hier einen schönen Melek. Das war ein schönen Melek mit Schoko. Schön, schön. Miele, Mietzko. 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 Mietzko habe ich gelöffelt. Lecker Kondensmilch mit Geschmack. Schmeckt gut, briggelt auf der Zung. Schöne Kondensmilch. Mielich. Miele, Mietzko. Mietzko. Von welchem Tier stammt denn dieses Miele, Nix Tier? Nix Tier ist es aus Fabrik. Ist Abfall. Und alte Frau geleitet. Abfallprodukt. Peter Bridge gewinnt nie Icebreaker. Ja, okay. Die Leute lieben das Eis einfach. Die Leute lieben das Eis. Ice Redemption. Frosty Redemption muss jetzt kommen. Der Goose. Der Goose. Eines Tages müssen wir das save. Tom Goose kam angeflogen, alter, mit Privatjet. Aber er war selber Pilot. Und gleichzeitig aber auch Servicepersonal. Er war gleichzeitig noch Stuart. Und Botencrew war er auch. Weißt du, braucht er nicht. Er hat sogar an Boards ein eigenes Kerosin hergestellt. Hand geklöppelt. Wollen wir mit deinem Hund spielen? Ich weiß nicht. Haben wir nicht irgendwas? Persen hast du nicht, ne? Oder Grand Grand, ne? Ich habe den hier, den. Mr. Abu Dhabi habe ich hier. Ne, den habe ich glaube ich nicht. Den da brauchen wir... Oh doch. Oh doch. Oh, die Ölscheichs, die kommen. Das, wir spielen jetzt einen von deinen Spendern. Ne. Die essen Blattgold. Immer Goose on Ice, ne? Goose on Ice. Alter, er macht dir Otter Redemption, Junge. Mit deinem blöden Ding fühlst du dich sicher. Aber du kannst damit nichts zu... Ey. Jetzt punch den doch. Gibt's nicht. Geht nicht. Jetzt. Alter. Ey, lasst mich. Ich bin El Hamut. El Charmut. El Charm. Charamalut. El Charamalut. Charamalut. Oh. Oh. Was ist das hier? Ich komme nicht raus. Ich habe nur meine Nase im Wasser. Oh Gott. Ey, Shamblai hinter mich hier, oder was? Puh. Boah. Alter, Flying Rabbit. Flying Rabbit. Er gibt mir richtig... Jetzt kommt auch noch ein Boomerang angeflogen. Boah. Glück hell. Achtung, der Otter holt sich eine Schaufel da hinten. No. Boah. Boah. Bist du noch drin? Ich bin im Wasser, aber noch drin. Er will mich schaufeln. Am Rande der Gesellschaft will er mich schaufeln. Boah. Ich rette dich. Oder auch nicht. Das war aber mit rettender Absicht. Alter, ich bin tot. Er hat mich tot genockt. Mit der Schaufel. Alter. Oh, wie fliegst denn du? Schnell raus. Ein bisschen Flutschkadaver gehabt. Achtung, die Schaufel. Boah. Ja, der war gut. Der war gut. Oh, ey, Fledermaus. Das ist nicht mal sein Freund. Aber da kommst du noch raus. Da kommst du noch raus. Komm. Denk an das Öl. Wir hören die zusammen, ey. Nee, aber... Was? Wie kann der nicht genockt sein? Du hast dem Volley in die Fresse getreten. Ja, sag ich ja. Boah. Was denn? Ha, er ist einfach an mir abgeprallt. Alter, das war Belgisch-Nippen. Belgisch-Gerippel-Dippt. Hast du das gesehen, Junge? Er ist irgendwie an deiner Öl-Pranke ausgelotscht. Ja. Er hat einen Teer-Pot. An meinen Abu-Dollar, Alter. An meinen Abu-Dhabi-Dollar ist er weggeflogen. Er hat genau gegen das Geldbündel in meine Hose geschlagen. Meine Abu-Dollar, Lars. Hast du die Dose? Schnell, essen, essen, essen. Ach, du hast ein Low-Ling. Ah, du hast mir das Rückrad gebrochen. Boah, ich bin ausgenockt. Ich komm nicht mehr wieder. Alter. Trotz heißem Feuer in mir. Ich hab einen fiesen Knocker, man. Guck mal, jetzt ist aber meine Ausdauer voll gewesen. Ich war trotzdem ultra lange nockt. El Otro hat wieder Dings, ey. Der andere Hasi hat so ein Baselball-Knuppel. Boah. Boah, Alter. Kann jemand mal bitte? Dieser Otter ist extrem brutal. Oh, die Fledermaus. Warum hat er es denn so auf mich abgesehen? Der Hase knüppelt die Leute tot. Das ist Wahnsinn. Ja, und sein Leuchter-Hase-Kumpel. Was? Alter. Ich hab so ein Glück, dass ich die ganze Zeit nicht einfriere, ne? Ach, du mit Öl halt voll geschnürt bist, ne? Double Drop Kick. Das ganze rote Team rausgekickt, Alter. Der Otter ist Knocked. Fong ist Knocked. Fong? Fatima? Fong. Fatima, Fong ist... Uh, den Affen hab ich gut getroffen. Achtung, der Otter. Ah, der ist auch. Otter ist weg. Hase ist ins Jenseits geprügelt. Fledermaus ist auch besiegt. Ah. Oh, Alter. Die Macht des Öles halt, ne? Gibt hier noch einer? Ich bin der Security mit der Knarre. Der Prinz ist sicher, weil wir haben einen riesen Lolli und Knarre. Oh, Mist. Alle wollten dann den Hamret. Ich beschütze dich. Nein. Was haben wir für Amor? Nee, krieg ich nicht. Alter, Achtung, die Hase hat es Lepan. Boah. Alter, was hat der Bruder gemacht? Der hat einfach den Schläger weggenockelt. Brauch Hilfe. Hab Butter im Nacken. Jetzt. Ey. Drei Schläge ins Gesicht. Boah, Alter, diese Fledermaus. Was ist der ihr Problem? Ey, das gibt's nicht. Diese Fledermaus. Ich brauche Hilfe. Der Affe hat richtig Waffenhass. Nee, ich bin weg. Alter, guck mal. Der Gorilla... Die Fledermaus ist jetzt richtig auf mich abgesehen. Der Gorilla zieht mich raus. Der andere schlägt mich K.O. Zieh dich mit ins Wasser. Zieh dich mit ins Wasser. Ist mir egal, welcher Player-Nummer du hast, Alter. Kannst du schön einfrieren. Ja, hast du jetzt davon. Von deinem Mächte-Gern-Move, Junge. Boah, ich krieg Kapal-Tunnel-Syndrom mit dem Spiel, Junge. Ja, ja. Ja, es ist ein Spiel, was sehr schnell sehr alt und kaputt macht. Ja. Boah, ich glaub, das geht an Rot. Die nutzen die Items very strong. Ich weiß nicht. Ey, Fledermaus ist auf jeden Fall richtig gegen uns. Die hassen uns. Gelb. Aber Fledermaus hat einen gekriegt, Junge. Fledermaus hat einen ins Wasser gethrot. Alter. Austaktiert, ey. Der eine schreit, es tut mir leid, Johann. Sorry. Oh, da ist er leider irgendwie ein bisschen klatschen geblieben gerade. Achtung, da fahrt sie Bomben. Boah, die Bomben war nice, aber hat die nicht genockelt, ey. Oh, sie bringen sich gegenseitig um. Die Fledermaus kommt da easy rüber. Das schafft der Hase nicht mehr. Das schafft der Hase nicht mehr. Der rotes Team hat sich seinen Sieg verlunst. Ah, weiß man nicht. Ne, mein Fisch kam nicht gut. Fisch on a rabbit. Boom, 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 boom. Alter. Fischhagel vom Feinsten, Junge. Jetzt halt die Frage, welche Scholle hält länger? Oh, er hat ihn gelectrict. Boah, aber auch wie? Gelectrict Snipe. Galaktische Sniper-Angriffe. Okay, wir müssen jetzt richtig rein-sweaten, um den Sack zuzuziehen. Na, war gut. Oh, diese Fledermaus kaputt. Boah. Fire Rabbit. Ah, jetzt. Irgendjemand hat die doch Nunchucks, oder? Hier liegen noch welche, ja. Boah. Ey, die Gans hält mich fest. Der Hase verprügelt mich. Achtung. Alter, mir kickt so ein Pömpel am Poppes. Da bist du reingerollt. Da kann ich nichts für. Die Fledermaus. Vorsicht, Vorsicht. Die haben jetzt alle Hass auf mich, weil ich die alle rausgeprügelt hab. Achtung, die Fledermaus. Nice. Da, hol dir Snacks. Nice. Fledermaus kam schon wieder. Die Gans her, Alter. Ja, die will uns tot sehen. Nein, die Fledermaus, glaube ich, hat mich. Obwohl, ich bin wieder drin. Jetzt musst du sie nocken. Und dann controlen. Ich controle sie. Ja. Alter. Ich hab mit den Nunchakus, äh, ich hab die richtige Ölbohrung gemacht. Richtig tief das Öl hier. Scheiß auf die Antarktis, hast du gesagt. Scheiß drauf, Alter. Hier Ölquelle gefunden. Ich hab primitiv und wieder eine Stämme freisetzt und die Menschheit zerstören. Erstmal schön primitive Bakterien freisetzt und die Menschheit vernichten. Das war's auch mit dieser Runde. Wir müssen jetzt erstmal Eis besorgen für unsere vergrüffelten Kapper. Bis zum nächsten Mal bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.